hey leute wir fahren heute in die sächsische schweiz beziehungsweise ins Elbsansteingebirge und machen da ein paar geile Shots mit der G81 und mit der Drohne und viel Spaß beim Video wir probieren jetzt mal noch das Sigma 30mm 1.4 aus was sie auch gerade filmt und davor haben wir mit der KitLens gefilmt und dann wollen wir noch ein paar Drohnen Shots machen wollen wir eine coole Lichtung finden wo wir gut landen können und yo und 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.